So, jetzt haben wir einiges an Retusche-Arbeiten gemacht. Wir haben angefangen mit der Hautretusche im Gesicht, das heißt Augengränder Falten wegzumachen. Dann haben wir mit dem Pickelchen weitergemacht, die Haare und den BH wegretuschiert. Jetzt fügen wir alle zusammen mit Rechtsklick auf die Hintergrundebene mit, sichtbarer auf eine Ebene duplizieren. Wir wollen nämlich jetzt die Haut glatt machen und der Haut einen schönen Glanz geben, indem wir jetzt wieder die Ebene duplizieren und wir sie einfach mal Haut glatt machen nennen oder so. Kann man auch Puse-Muckel nennen, ist eigentlich egal. So, viele arbeiten ja mit dem Grauschen Weichzeichner, den ich persönlich nicht benutze, weil der einfach zu glatt bügelt und man die Poren nicht sieht. Ich benutze dafür den Filter, Weichzeichnungsfilter, matter machen. Der ist persönlich für mich eigentlich ganz schön, weil man die Poren noch sieht und sieht man jetzt auch schon hier, dass das Rouge schön rüberkommt. Ich benutze meistens immer ein Radius von 50 Pixel und einen Schellenwert von 70 Stufen, ist aber je nach Bild unterschiedlich. Ich bestätige das jetzt mit OK und jetzt wird erstmal ein bisschen rumgerechnet. So, jetzt ist der fertig mit der Rechnerei und das Bild sieht jetzt sehr unnatürlich, matschig und schwammig aus. Jetzt kommen wir eigentlich zu einem kleinen Trick. Da Adobe Photoshop Elements 7 ja keine Ebenenmasken zur Verfügung hat, machen wir uns jetzt einfach eine, indem wir auf Hintergrund klicken und oben jetzt bei den Einstellungsebenen eine Tonwertkorrektur machen. So, die bestätigen wir jetzt mit OK, verändern hier gar nichts. Und man sieht hier schon eine Maske. Jetzt verbinden wir die Maske mit oben unserem Bild, indem wir die Alt-Taste gedrückt lassen. Jetzt kommt hier so ein lustiges Symbol mit zwei Ringen und dann genau hier auf die Linie klicken, um die miteinander zu verbinden. Das mache ich jetzt mal. Zack. Und man sieht, das Bild ist ein bisschen rübergerutscht. Jetzt ist die Ebenenmaske mit unserer Haut-Klappmachen-Ebene verbunden. So, jetzt gehen wir wieder auf die Tonwertkorrektur, füllen diese mit schwarzer Farbe und zack sind wir wieder beim normalen Bild. Jetzt wird einfach mit weißer Farbe mit einem normalen Pinsel ausgewählt, was von dem Filter betroffen werden soll. So, ich brauche eine größere Pinselgröße. Das ist ein bisschen zu groß. Ja, das passt. Mit X wechsle ich ganz einfach zwischen weiß und schwarz und fange jetzt einfach an, hier die Haut etwas klettert zu machen. Ich zoome besser noch ein bisschen ran und fange jetzt einfach mal an. Mit der Raute-Taste kann man auch ganz einfach schnell die Pinselspitze kleiner machen. Auch sehr praktisch, wenn man dann hier mal in so einen Stellen hinkommt. Ich mache das jetzt nicht so hundertprozentig. Das würde jetzt zu lange dauern. So. So. Jetzt kommen wir zum Gesicht. Hier ist wichtig, die Augen immer wegzulassen und die Lippen natürlich. Die müssen wir ja nicht weich zeichnen, das sähe dann ein bisschen seltsam aus. Das muss ich noch ein bisschen nähren. Den Piercing lasse ich mal raus. Die Kette auch nicht weich zeichnen, die kann ruhig auch so bleiben. Okay, jetzt haben wir, denke ich mal, alles ausgewählt. Sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, aber das ist kein Problem. Wir klicken auf die Tonwertkorrektur und regulieren jetzt einfach die Deckkraft. Ich würde sie jetzt einfach persönlich auf 35% lassen. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig, gerade an der Grenze, denke ich. Und man sieht hier wieder den Unterschied.